Ja. Legt euch mal über die Hand und dann fust du mal. Wird kalt. Wird kalt. Wird kalt. Wird kalt. Mein Bauwagen ist zu heiß. Ich kann nicht drauflaufen. Dann packen Sie doch das kühle Gras auf den Bauwagen. Gras auf dem Bauwagen. Gras aufs Dach. Gras aufs Dach. Gras aufs Dach. Gras Dach. Warum hatte ich nicht? Aber mein Bauwagen Dach ist nicht die richtige Grundlage für den Junge. Das Dach ist einfach zu rund. Ich müsste für das Gras eine extra Unterlage bauen. Das ist mir zu aufwendig. Herr Pflanzen, die von alleine klettern können, sie festhalten. Das wäre es, die gibt es ja. Das Dach. Garh, das ist einfach. Vielen Dank. Lüftan. 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 Untertitelung des ZDF, 2020